ich weiß nicht was die was die großen geben aber ich könnte so nachlesen wir können nachlesen info einheit daten standard maschinen mehrbeiniges modell das mehrbeiniges bestehend aus dem körper mehrere kleine federn trampe diese schwerfällige maschine stetigen norden und führt kleine vernünftige angriffe aus er stellt sich die frage warum sie überhaupt existiert ja es wird keine vernünftigen angriffe aus genau doch ich glaube falsch vorgelesen nur gar nicht sicher sehr merkwürdig da hat er sich gerade nicht gewährt wir haben bald level 7 nur wenn er das ding zum speichern hier oder ist das gleich mit dort kann natürlich auch sein oder davor dass das einzige ist ja ich brauche level 7 tut mir leid aber gut 5 erfahrung bloß mein gott das heißt wir brauchen wirklich größere gegner zum erfahrung sammeln super von neptune wo sind leonie schon wieder hin wir können den schon wieder reparieren also irgendwie gold an die kombosch projektil vd und rate plus 2 sehr cool ich brauche leider sein zeug so in die richtung müssen wir oh einer der schweren kann körper von fox bergen jetzt mängel zu looten hier übertakten 1 projektil automatische heilung automatische heilung jetzt lange federn hier es lohnt sich glaube nicht jedes mal alle fertig zu machen ist gerade so mit der erfahrung sehe wie wenig das gibt ich glaube eher überflüssig aber hier gibt es bestimmt irgendwo loot wir könnten erstmal um unser missions punktchen ich hätte dich am leben gelassen ohne witz aber wenn du angreifst wer angreift stoppt so einfach ist das defekte schlüssel weiß noch nicht für was er die brauchen aber haben ist haben ne hier stammt was größeres rum und gleich drei von den kollegen hihihi daneben jo stufe sieben das hast du nicht umsonst gemacht so stufe sieben sehr nice fangen wir auch mit der stufe von vorne an wenn wir sterben das wäre mal low ja wir sollen wenn egal einmal die sammeln ja woher nicht auch was kohle egal gut feierart sehr hübsch hallo wer bist du widerstandsmitglied geht gleich los geht gleich los geht gleich los ja 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 jackass mit knallkopf übersetzen weiß nicht normalerweise sagt man ja zum check ist man so so in Richtung Arschloch ebenso nicht gut zu kurz die Nase und jetzt noch weiter dann wieder da nicht jetzt nicht wir今天 den nicht eigentlich nicht Wer öffnet eine Strecke mit Explosiven? Es muss einen einfacher Weg sein, oder? Bernstein Was seid ihr denn? Aua! 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 Mensch Ach die hüpfen Na gut Sollen sie da hüpfen Mir egal Oh wow Wüste ist aber groß Sehr groß Um ehrlich zu sein Hätte ich nicht erwartet Wüstenregion Vielleicht wäre ein Tiergans angebracht Wüste 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 Alte Maske Okay cool Es ist also nicht normal dass sie reden Ehm Defektes Kabel und mittlere Erholung Das ist gut Erholung ist immer gut Halte liegt noch was Dieb erhalten Ähm 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 Es ist ja keine Karte eigentlich Jedes Mal ins Menü für die Karte Ist schon ein bisschen doof Ähm Aktuelles Ziel Aktuelles Ziel Aktuelles Ziel Wir gehen aber erstmal hier hin Wir haben noch eine Gruppe Feinde Gucken was das für welche sind Oh Ein paar Fliegende Oh Krass Oh Da hat gut damage gemacht Achso Lebt doch noch was Oh 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 Da hat gut damage gemacht Er hat gut ausgeteilt Er hat gut ausgeteilt Ach guck Mensch Scheiße Da hinten liegt auch noch was Weit weg Wir haben grad spotten Und dann haben wir 1 plus 1 gekriegt Oh Da hinten liegt was Oh Da hinten liegt was Kupferharns 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 Hä 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 Der hat Angst Und hat uns grad irgendwie markiert Oh Gott Das scheiße aus Ah Wüstenwohnungen So Sollen wir jetzt erstmal ihm hinterher oder Erstmal die in der wüste suchen Ich würde sagen wir gehen erstmal wieder in die wüste Große erholung Sehr cool Sind die in der wüste jetzt weg Und hat die grafikfehler auf dem kopf Beim rennen in der wüste Dann gehen wir uns halt das hier mal angucken Wenn die anderen punkte soweit weg sind Oh Viele Gegner Ja Lauf doch Oh Wirklich sehr sehr viele Gegner Wir brauchen echt ne Menge Geld So mal nicht mit allen gleichzeitig zu campeln hier Boah Spiel Ja Also mir egal Kämpf ruhig Ich will äh Huch Ich wollte erstmal die Kiste einsammeln Wichtig Äh Wen hab ich den jetzt parkiert Äh He Okay Nur gut ich will länger ja ganz gut an gerade kommt alles ein großer gar nicht mitgekriegt mit ein zeug geht mir dein zeug danke und nur was ich kann auch hochrutschen nur so um das mal klarzustellen effekte batterie so rostigen Klumpen was sind das für Gegner hier so gebt mir all euer Gold all euer Gold juhu da ist eine Kiste ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher ob das schlau ist überhaupt die Punkte abzusuchen was soll's 1 bestimmt dort wo der Bogen noch aus der Wüste ragt krass hier die F ja ok hallo jo Karteninformationen freigeschaltet schnell speichert gleich mal jawoll ach hier kommt auch ein Posteingang ok wir haben nämlich Menschheitsrat vorgesehene Korrespondenz Achtung an alle Androiden Jahrtausende sind vergangen seit wir Menschen auf dem Mond flüchten mussten und während der Krieg weiterhin festgefahren ist wissen wir genau dass wir unsere Sicherheit eure mutigen Bemühungen auf dem Boden verdanken wir bitten euch darum weiterhin alles in eurer Macht Stehende zu tun um die Erde von den Menschen zurück zu erobern ach Maschinen die Erde von den Maschinen zurück eroberten ja Menschheit zu Ehre Bündnis der Abgeordneten Menschheitsrat ok Operator 60 Jupiters Glück Tobi hast du von der Jupiter Wahrsagerei gehört die Mädels bei F&D reden in letzter Zeit über nichts anderes mehr sie behaupten dass man durch die Untersuchung der Farbe und Form von Jupiters großen roten Fleck herausfinden kann welches Glück bei Gesundheit, Arbeit und Liebe widerfährt klingt fantastisch oder ich probiere es aus und berichtet dir davon hä was für ein Schwachsinn es ist praktisch ähm ähm wie soll ich sagen äh 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 Horoskop nur mit mir bitte hallo was war da ne war da ne Kreissäge vorne dran ist der behindert oder so alter so ist noch einer dieser runden Punkte in der Nähe er muss da können wir uns den jetzt auch noch angucken hä oh ich hasse Controller das ist so übel so äh wir haben auch fast Level 8 erreicht sind ja relativ schnell wenn wir so durch die Gegend sliden wollen wir hier nicht viel sehen ehrlich gesagt waren weiße Punkte nicht Tiere wir machen doch irgendwas hier so viele wie das sind was ist das? was? Räumhütiges Maschinen werden oh nein oh nein oh nein oh nein warum musstest du diesen Ort nur finden du du hast Glück dass du nicht berechtigt bist einzutreten ach wie grausam sind die Götter dass sich solch einem Pech ereignen kann bitte du musst so weit wie möglich von hier verschwinden dir herumzustehen wird deiner Gesundheit schaden weil dich nach und nach der Zorn verzerrt es gibt nur eine Sache die jetzt die ich jetzt für dich tun kann ich werde nein ich muss mich selbst zerstören als Ergebnis wird es einen Regen aus nützlichen Materialien geben die du gerne behalten darfst eines Tages wirst du die Wahrheit erfahren dort bin ich mir sicher mögest du ein langes und gesundes Leben führen was? was? da kommen wir nicht rein das ist schon die zweite Tür die wir finden wo wir nicht rein dürfen müssen wir uns nur merken wenn es dann soweit ist hallo du sollst dich mal rumdrehen ab und zu Kollege wieso ist denn da keine Karte? das ist wir sind gar nicht da wo wir hinwollten halt mir muss auch grad auf halt mir muss auch grad auf hey kriegt noch was? wir müssen in diese Richtung her ja oh viele Gegner ja halt mir das ist ja 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 wir brauchen echt schon einiges an medis oder sollte ich sagen ersatzteilen ich bin mir gar nicht so sicher halt brems diese gegner aber erstmal looten so 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 ich bin hier nicht gekommen nö oh was ist das das tut mir ja fast schon leid karteninformationen freigeschalten und gleich mal speichern wir haben wollen so ist es hübsch okay das war es gar nicht tief und so ist es so dunkel wir müssen irgendeinen zweck haben äh was war das Alter und was klingelt hier ab und zu können wir angeln hier wir haben zwei Pods also was ist das für ein klingeln was wir hier ab und zu hören wo kommt das her hm 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 Die chillt ihr ihr Leben. Ich warte jetzt, bis irgendwas passiert. Ich will das wissen. Oh, oh, what the fuck? Fisch-Lexikon-Aktie? Öl-Sardine. Äh, ja. Ich muss gleich mal ins Lexikon gucken. Öl-Sardine. Info. Fisch-Lexikon. 2%. Okay, cool. Das heißt, es gibt 50 Fischer. Ein sehr ungewöhnlicher Fisch, der im Altöl lebt. Er ist so sehr mit Schlick überzogen, dass man nicht so recht sagen kann, wie er eigentlich aussieht. Das ist kein Wasser. Aber ich habe nicht gesehen, was wir bekommen haben. Gegenstände? Fangende Fische. Öl-Sardine. In einem Fluss gefangen, kann verkauft werden. Aha. Äh. Äh. Walten. Ich weiß nicht, ob der was wert ist. Ich sammle, äh, ich sammle, ich sammle. Sag ich schon. Ich angele mal klein und zweiten. Ja, ja. Ich weiß nicht, wo die B-Taste ist. Ich drück einfach so oft falsch. Ich muss mich da einfach immer wieder entschuldigen. Ich spiele einfach wirklich sehr, sehr selten mit Controller. Hä? Ne. Ne, ne. Sah halt anders aus. Also, die Öl-Sardine. Ich habe mir den Controller irgendwann mal für, äh, für ein Rennspiel gekauft. Weiß gar nicht mehr welches. Also, oder beziehungsweise generell für Rennspiele. So, ein lustiges Xbox-Controller-Line. So, ich kenne Taschentücher mehr, sehe ich grad. Auch nicht so schlimm. Kann ich ja in einer Video-Sequenz heimlich holen. Obwohl ich die Video-Sequenz sehen will. Ist auch scheiße. Egal. Ne? Komm schon. Ich will noch eine Öl-Sardine. Äh, da-da-da-da-da-da-da-da. Komm schon, gibt mir eine Öl-Sardine. Juhu. Öl-Sardine. Woher kommt dieses Klingeln hier immer? Ich kann jetzt nicht ins Pause-Menü, ne? Ich kann auch den Bot nicht bewegen, oder? Äh. Na gut, dann brechen wir das mal ab hier. Äh. Ähm. Wir speichern nochmal. Nein? Vielen Dank.